Hi, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, Let's Play Terraria mit Alex, wir haben uns wieder vertragen Hallo, hallo, hallo Und er wird das auf Gehen Together hochladen und ich wird es auf Johannes Zimmermann hochladen Auch auf Gehen Together Ja, beides, ne Okay, Moment Beides, Alex Wir wechseln eventuell auf die Weltenwahl, wir wollen euch das neue Gebiet zeigen, das Klümsengebiet Hm, was ich nämlich noch nicht entwählt habe, wir spielen das neue Terraria, wer hätt's gedacht? Mit Gerdinus Mal gucken, ich geh grad auf Akonanspreis Und ich baue schon mal das Haus und wir haben ein paar Sachen übernommen, weil wir haben auf einer anderen Welt nämlich richtig viel gesuchtet Und da haben wir schon zweite Phase und alles erreicht und uns ein paar Items für den Start mitgenommen Ihr könnt jetzt uns als Cheater oder was bezeichnen, aber wir haben uns das alles erspielt Und ich kämpfe grad gegen Klopp, au, hast du auch die Aufnahme gestartet? Nee Achso, stimmt, wir wechseln uns ja ab Ja Achso, stimmt Hä, wie, dann lad dich ein Part bei mir hoch Ja, wenn du das zweite Mal sehen wollt, dann müsst ihr auf G&T gehen Ja, ach, wir machen das wie Zombie und Drum, let's play Ja Ah, okay Nur, dass du den ein-, ja doch, wie wir so machen wirst Yeah Das stimmt, dann musst du es bei G&T nicht hochladen Yes Danke Generellt, ich nehme ich den zweiten Part bei G&T hoch Alles klar, dann machen wir jetzt so witz Dann mach ich einfach ne Playlist Und dann mach ich dich dann einfach rein Also, dann mach ich deine Parts und meine Parts einfach rein Alles klar Ähhhh Ich hätte, ich glaube, erst mal ein besseres Schwert machen sollen Ja, ich glaube ich auch Wer findet heute erstens, dass wir uns vertragen haben Und zweitens, dass wir Terraria to Gaza aufnehmen Jetzt schreiben alle das cool rein Und Hey Auf wessen Seite stehst du eigentlich, du? Ich habe mich größer Die ist Alter, die ist zu riesig Die ist Maximum, was singst denn du? Ja, es gibt auch Maximum, die Minis sind Ich meine Maximum auf groß Ja, ich weiß Wir haben eben keine Rüstung an, aber wir haben eben im Sozialslot Ja, ich auch Ich sehe aus wie Indiana Jones Er sieht aus wie ein Magier Gehst du mal in die blaue Gruppe? Äh, sofort Ich muss grad nur... jaaaa Ich bin schon drinnen Und nicht wundern, ich heiße im Spiel ähm Let's play Terraria und ich heiße Let's play Johannes Hm Würdest du mir sagen, rechts ist überhaupt kein ähm böses Biom? Kein Crimson Biom oder sowas? Keine Ahnung Mann, ich will aber die Bosse, falls wechseln wir einfach das Biom Äh, den... Die Welt Die Welt, genau Also nicht wundern Was ist wundern überhaupt? Keine Ahnung Er geht auf Erkundungstorn, ich bin bereit uns für die Nacht vor Ja Wir haben sogar die Spiegel mitgenommen Ja stimmt Also wer... Hier, ich zeig mal kurz meine Hände da, was wir mitgenommen haben Ja Ah, Moment, mein Licht kann ich ja auch gleich mal anmachen Ja, ich mach mein Lichtkugel auch an Ich hab mein Lichtkugel auch angemacht Na 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 na, aua Ach guck mal, hier ist ne Höhle Da ist ne Höhle, Mama Hör auf Ich wusste Das macht Hardie auch immer Wer? Sei Pizmeet Du bist aber nicht Pizmeet Ja und? Ja und? Trollllllll Niemand darf Pizmeet sein, außer Pizmeet Lol Logik Was ist da dran logisch? Tja Das musst du noch herausfinden im nächsten Part, bis dann und ciao Ja genau, wir waren jetzt so nen kurzen Part Ja, der Part ist zu Ende, ihr könnt abschalten Ihr könnt abschalten Ihr könnt abschalten Alter, ruhig jetzt Abschalten Jawohl Nein Ich werf erstmal mein Holzschwert weg, weil das nen schlechten Effekt hat Ja, ich hab eins mit besserem Effekt Ja, das hab ich schon längst Cool Cool, hier ist ne Wüste, vielleicht find ich die Kaktus-Menschen Äh, ich hab schon für den Guide alles eingerichtet Ich frag mal kurz, ist diese Bausung geeignet? Diese Bausung ist geeignet Nice Und da zieht der nette Guide ein Und ihr könnt uns gerne auch Tipps geben, wenn ihr wollt Aber in erster Linie werdet ihr das von uns erfahren Aber wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch ein bisschen helfen Wir haben auch ein paar Goldschlüssel mitgenommen Ich hab über 200 Ich... Ich hab 4 Geh was, du doofer Vogel Das ist mein Essen Opa ist da, oh yeah Und der ist Gaga Ah, hier ist Dschungel, hier ist Dschungel Oder? Ist hier Dschungel? K.P. Wär eine... Vielleicht ist es einem direkt aufgefallen Man hat auch am Anfang ne Minimap Hammergeil Und man hat am Anfang ein Mana-Kristall Ich hoffe, dass Forbes auch die Maus aufnimmt Ich hab Angst Ich sterbe hier noch Jaaaa Ah, Piranha Er stirbt, Juhu Ja, ich sterbe nicht wirklich Jaaaa Nicht lustig Lustig, lustig Nein, ein, 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 ein Nein, ich komm nicht weiter Ich werde krebschern Oh, ich hab schon einen Ofen, Alex Ich hab schon einen Ofen gemacht Okay Okay Aber das war nicht einfach Telepasiert sich sehr einfach Ich hätte einen Halt rein kriegen können Müssen Schön Guck dir mal das Haus an, wie das bisher aussieht Schlecht Ey, bau doch selber ey Okay Nein, nicht mehr bauen Ja, also Ja, also Ich hab 10 Waren Ah, du hast noch kein Ambros gemacht Ja, ich hab kein Eisen Ich auch nicht Ja, also, wie soll ich dann Ambros machen? Hm, du hast keinen Ambros gemacht Oh, mein Gott Ich bin schon fast die halbe Map abgegangen Noch nicht mal die halbe Map What the fuck? Ja, ich hab halt auch groß gemacht Auf der Eidwelt war Mittel Glaub ich Ja Glaub ich auch Übertrieben erstmal Jo Groß ist ja wirklich groß Na, was dachtest du denn, dass das Mini ist? Ich guck dir gleich mal vor Hä? Dachtest du, dass das Mini oder was? Ja Hab ich gedacht Ich denke, ich denke Ey, ich hab keine Seile Und hör auf zu bauen Das ist ein bisschen Weil ich geh jetzt erforschen gleich Ey, weg da Ich baue da Das ist Baugebiet Ah Und außerdem brauchst du einen Enterhaken Und du brauchst eine Seile Oh, stimmt Was für ein Bob, ey Ja, ich dachte Ich dachte, wir fangen richtig neu an Warte, ich holen Eisblöcke für die Ja, für die coolen Etagen Nein, das machen wir nicht aus Eisblöcken Komplett nur aus Holz Nee Ich will den Keller aus Eisblöcken Na gut, das ist Das geht in Ordnung Weil in Terraria kann man auch Nämlich Sachen färben jetzt Das Holz färben wir aber nicht, oder? Doch Weil das Holz gefärbt sieht so hoch aus Na gut Aber doch, wir können ja einmachen Um es den Zuschauern zu zeigen Wir können es ja dann wieder weg machen Nee, das können wir mit dem Keller machen Ja, okay Im Keller können wir färben Seht ihr, wir sind best ones forever Nee Ich hasse dich Ich tu nur so, damit ich Abonnenten bekomme Was? Nein Ich bin Abogeil Ich bin Abogeil, geil Du bist Abogeil Oh ja, ich bin Abogeil Und man kann jetzt auch Holzwand in Holz zurück verwandeln, was? Normales Korruptionsgerät Nein Da werdet ihr in dem nächsten Part Wo wohl anscheinend, äh, ja Bei mir dann Eine neue Welt sehen Und in der Welt wo wir Aber wir können ja einfach auf Nummer sicher gehen Und dann einfach In der nächsten App Also die nächsten Apps, die wir generieren werden Einfach schon mal vorher gucken, ob Crimson Gebiet da ist Nein Doch das wäre schlau Nein, aber das machst du denn Mhm Ja, du auch Wir gehen einfach mit unseren Overpowereden Okay Dann können wir schneller erforschen Und die jetzt Das war mein Lautsprecher gerade Noob Nichts wundern Noob Ja, beschimpft mich noch 30 mal als Noob, alter Baust du gerade ab, wieder? Achso, ne Ich mach das für die Holzklappen Ha, halt die Klocke, du Holzklappe Wir nehmen dann eben die Stühle und alles hier noch mit Nein Doch Hä? Wir nehmen einfach den Ofenschauer mit In die andere Welt Nein, die brauchen wir hier Ja, aber wir wollen doch in die andere Welt, weil hier kein Crimson Biom ist Woher willst du denn das wissen? Ich war eben drüben im Korruptionsgebiet Achso, stimmt Ach, das ist zugehört Ja, doch Da ist Korruption Ja Korruption Boah, Junge, ist jetzt mal gut Korruption Unser erster Kampf mit einem Zombie Bam, bam Und jetzt haben die Gegner und wir auch unter uns, wenn wir den jeweiligen Schaden genommen und Energie leisten So, wir haben... Nimmst du deine Lichtscheiben, um die zu töten? Hm... Ja, stimmt, das könnte ich... Ne, ich benutze erstmal das Schwert Ja, das sind die Lichtscheiben, die kriegen wir eigentlich nur im Hardcore-Mode und ihr seht, wir haben uns die Fair-Farm Und geh da von dem Baum weg, weil ich hack den gerade ab und dann klausten wir das Holz, das wäre unfair Ja, aber ich geh, ich beschütze dich Boah Das ist ja gerade auch voll sinnvoll Ah! Meins? Ich hab auch schon einen Hast du einen? Ja, ich hab schon einen Sternen... eine Sternen-Schnuppe Oh, ist hoch Oh, ist hoch Oh, oh Ja, so, äh, ne, muss ich da rein auf, tralalala In der Face, ihr Zombies, in der Face, ihr Zombies, nennen das euch Töt euch die ganze Zeit LOL disagreed Ich hab einen Spiegel Warte, ich muss noch einzel Kosten machen und noch Türen bauen Et зак, zack, 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 zack Weg da, Alex! Da will ich ne Türen platzieren. Alter, wie der weggeflogen ist. Wie er weggeflogen ist, ne? Störf du, Zombie! Was hast du gegen Zombie? Alles. Nichts. Hättest du jetzt gesagt, du hättest was gegen Zombies, dann hättest du erstmal ganz viele Hater bekommen. Rewards. Na, Sydney, hansch doch, hansch doch! Haha, den Zombie, der gekommen ist, ist auch tot. Weg! Ich muss nicht kurz, weil mein Bruder mich für mich hat. Ja, und ich baue das weiter in der Zeit. Baba, was soll ich kommentieren? Äh... Ja, der Alex hat sich auch ein bisschen informiert, als ich nochmal ein paar Programme installiert habe. Ich hab zum Beispiel ein cooles Renderprogramm und Dom of Webs, weil ich hatte vorher mit dem Tubecatcher, oder wie der ausgesprochen wird, aufgenommen. Aber damit kann ich Terraria nicht aufnehmen, weil da kommen dann so Statistiken, wenn ich F7 drücke. Und, wie findet ihr das Projekt? Wie findet ihr, dass wir das zusammen machen? Wie findet ihr, wie findet ihr? Ihr müsst viele Kommentare schreiben, wenn das nicht passt, ihr sollt's nicht gucken. Wo, wann kommt der denn wieder? Trololololololol? Da ist die Sternchenuppe, das ist meine. Ach, und wir haben das Geld übernommen, was er mir noch nicht gegeben hat. Trolololol, das muss ich ihm auch noch sagen. Ja, wir killen jetzt ein Zombie. Bamm, tot. Au! Kommst du ja, du Auge. Oh, äh, ich beende jetzt den ersten Part von Let's Play Terraria und scha...